Musik Wenn wir Nordostwind haben und wir haben ablaufendes Wasser, dann kommt so vom Watt langsam dieser Wattgeruch hier rüber. Und den kenne ich aus meinen Kindertagen von der Nordsee. Da kann ich nicht aufhören, da muss ich durchatmen. Das ist für mich dieses Wattenmeer. Diese klare Himmel, diese klaren Konturen in der Entfernung. Das sind so viele Dinge, die da eine Rolle spielen. Wir haben einen alten ostfriesischen Bauernhof, einen sogenannten Gulfhof, umgebaut. Beim Umbau haben wir viel Wert auf unbeführende Produkte gelegt. Wir haben Holzfußböden, wir verarbeiten sehr viele Naturmaterialien. Für mich war völlig klar, dass ich mit regionalen Produkten arbeite. Wir waschen unsere Wäsche selber größtenteils, trocknen die draußen unter unserem Wäscheplatz. Ich glaube, mittlerweile hat man erkannt, dass das ohne Nachhaltigkeit nicht funktioniert. Und im Gegenteil, Nachhaltigkeit auch, ich will nicht sagen Verkaufsargument, aber Nachhaltigkeit schon ein wichtiges Element ist, auf das auch die Gäste und Kunden achten. Für alle Beteiligten war natürlich klar, dass durch die Ernennung zum Weltnaturerbe nochmal mehr so der Fokus auf das Wattenmeer kommt. Und dass dann also auch mehr Menschen an die Nordsee kommen, die das erleben wollen. Und da muss eben der Fokus drauf sein, um eben klar zu machen, nur wenn wir es erhalten, kann er auch im nächsten Jahr wiederkommen. Wir müssen einfach, um unsere Umwelt und unser Planeten zu erhalten, müssen wir uns ein paar Gedanken machen.